1 zu 1 Ausgleich Schlechter Rückschlag, der Rückschlag mit der Rückhand über dem ganzen Tisch annimmt und endlich auf einen Vorhandflip verzichtet. So, 2 Ersatzaufschlag, Pucca, Pucca und ein Fehler. Pucca, 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 Pucca und ein Fehler. Viel Selbstvertrauen aus den letzten Partien. Man kann den Aufschlag einfach nicht lesen momentan. Ich möchte doch geschlagen. 2 zu 0, Satzfübung für Pucca und wir sind im dritten Satz. 5. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 6. 7. 7. Wurde belohnt. Starkere Karte. Sehr guter Rückschlag. Versucht nur die Aufschläge reinzubringen. Ich habe das Gefühl, das kann er ausschalten. Gute Leistung von Thomas Klaff-Putscher.